Jellas, liebe Zuschauer oder diejenigen, die es betrifft, denn Ich habe mies recherchiert, glaub es mir. Wenn ich sage, ich habe recherchiert, ich bin ein Freak. Ich bin schon ein kleiner Hacker. Mittlerweile betrifft es nicht nur mich. Es gibt nämlich hier einen Account auf Twitter, der unter anderem auch auf Twitch verfügbar ist, nämlich unter anderem dieser Kollege Biernot8000, der sich auch zufällig an einem Tag am 18. Juli ein Konto erstellt, auch hier unter dem Namen Biernot unterwegs ist. Nicht nur unter diesem Account. Ich vermute auch, dass Belo Horizontas, Lolek und Bollek, das ist übrigens der Kollege, der schon öfters negativ aufgefallen ist und auch den Twitch-Stream von Brotfunk vor Erwin zu Gast war, gemeldet hat, wo sie ein bisschen über Mana-Zwerg geredet haben. Ja, der Kollege. Da werde ich auch gleich einfach mal reinspringen bei dem Kollegen. Nämlich haben wir hier Lolek und B. Übrigens immer sehr perfid. Ihr habt ja zum Beispiel Prag-Tschechische Republik seit Januar 24. Er ledert sehr gerne, ja, über mich ab hier ständig, Sella und Stream. Es ist im Grunde immer das, also das ist das, was mir aufgefallen ist, ist immer dieselbe Schreibweise und immer dasselbe. Ja, Sella kann nicht reden. Ich muss immer lachen, wenn ich Sella-Streams schaue. Sella ist doof. Sella hat nichts auf dem Kasten. Sella kann nicht reden. Ähm, und da ist mir das aufgefallen. Und das ist halt auch der Kollege, der, wie gesagt, diesen Twitch-Stream, habt ihr ja eben gesehen, gemeldet hat von, ähm, ja, Prole. Und der offensichtlich auch mehrere Sachen gemeldet hat, denn der Kollege ist unter dem Namen zu melden, auch hier, unter dem Namen Bella Horizontas, auch Mai 2014, relativ neuer Account. Sella hat die E-Mail an Kaspar Fassfass, das ist diese komische E-Mail hier, dass wir, ähm, ja, hier, ihr seht's, äh, irgendwie Dave und Pia, also so Dave, links der Mitte und Shoyoka wollen angeblich, ähm, also angeblich sind das die beiden und die wollen, ja, die, ja, keine Ahnung, die Honigwabe oder so auf YouTube und Twitch striken. Natürlich kommt Bella Horizontas und behauptet, ähm, das wäre ich gewesen, diese Mail. Das haben auch unter anderem Bipum, also unser Freund, äh, aus dem Intro von mir behauptet oder, oder darauf angespielt zumindest, ähm, ja, es ist sehr auffällig immer wieder, dass die Person, ähm, auch irgendwelche Lügen verbreitet, die gar nicht stimmen. Und auch dieser Account Ghoul jetzt, der zum Beispiel auch anfängt, jetzt Quasselkoka, äh, zu beleidigen hier, deswegen, es betrifft mittlerweile nicht nur mich, ähm, diese Person verbreiten, oder diese eine Person scheint wirklich unter mehreren Accounts Lügen über andere Personen zu verbreiten und auch, ja, die Leute gegeneinander aufzustacheln und Zwietracht zu sehen. Also der geht teilweise auch einfach zu irgendeiner Person hin, zu einem, weiß ich nicht, irgendeinen Rechten oder so. Also es ist offensichtlich selber ein Rechter und erzählt da irgendeine Lüge über eine Person, wie über mich jetzt zum Beispiel oder so. Ähm, genau. Ich bin nämlich diesen ganzen Accounts mal gefolgt, die so auffällig waren, auch Ezek, Biernot, wie gesagt, äh, Bruce Huss Tippfeder, das ist der Typ, der hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich es finde, oder, ah, hier hat er auch wieder, Quasselkoka, ne, auch wieder genau dasselbe wie Ghoul jetzt, wie dieser Ghoul jetzt von eben, auch wieder, auch wieder hier irgendeinen komischen Städtenamen, der ist zwar schon länger bei Twitch, gefolgt auch zufällig von Lollek, ja, was für ein Zufall, nicht wahr, und dieser Tippfehler war auch der, der gesagt hat, ich werde dich bei den Walkies melden, Sella, und ich hoffe, dass du dein Twitch, und ich versuche, dass du dein Twitch-Kanal verlierst, so nach dem Motto. Ja, dann gucken wir doch nochmal auf die anderen Accounts von dieser Person, also, wie gesagt, falls ihr da, also, falls ihr da dieser Person irgendwie, diese Person antrefft, ähm, ja, seid auf der Hut, ähm, wie gesagt, das ist immer eine ähnliche Schreibweise, gut, ja, lebt Nummer 5 auch, auch der hat dann Marcel S. geschrieben, ne, hat versucht, mich, äh, irgendwie, ja, meinen Namen zu nennen, ähm, ja, auch hier schreibt er im Grunde genau dasselbe, auch wieder Nummer 5 lebt, schreibt genau, ah, der heißt aber lange, Quaselkoker, ähm, wie eben auch Lollek und, äh, ich glaube, Google jetzt war das, ne, also, er ist da unter sehr vielen Namen unterwegs, und ich vermute auch, dass er unter dem Namen Crackstreetboy auf Twitch unterwegs ist, weil die Person schreibt, hat einen ähnlichen Schreibstil und versucht, Leute gegeneinander aufzuwiegeln, geht in verschiedene Chats, ja, und wie gesagt, hier sieht man es bei Biernot, ne, auch der, wieder bei Quaselkoker dabei, auch bei mir wieder dabei, viele haben denselben Verdacht, ich auch, die E-Mail klingt schon sehr nach Sella, ne, das ist ja genau das, was Bello, was dieser andere Bello's Horizont hat gesagt, also, es gibt sehr viele Verbindungen, es scheint wirklich eine Person zu sein, mit mehreren, oder sehr, sehr vielen Sockenpuppen-Accounts, der hier versucht, die Leute gegeneinander aufzustacheln, also, ich wollte nur sagen, ähm, wenn ihr so diesen Schreibstil erkennt, seid da auf der Hut, die Person lügt und betrügt überall, wo sie kann, versucht uns gegeneinander aufzuwiegeln, versucht unsere Kanäle zu melden, ich suche jetzt nochmal kurz das Bild raus, wo er geschrieben hat, dass er, das ist schon älter, das habe ich schon öfters gezeigt, wo, äh, die Person, Jeff Smart übrigens auf YouTube, auch da schreibt er immer öfters mal in die YouTube-Kommentare bei mir, hat dasselbe Profilbild wie eben dieser Smart, der gesagt hat, meinen Twitch-Kanal zu melden, das suche ich jetzt mal kurz nochmal, so, und dann haben wir jetzt hier den guten Tippfehler, auch bekannt als Jeff Smart, guckt euch mal dieses Bild hier, diesen Avatar an, und merkt ihn euch, und was ist jetzt mit einer Blabla-Abschiebung, du hast dich oft genug bei einem Angerverse-Ausländer-Feindlich geäußert, und das werde ich Twitch auch melden, damit der Kanal gesperrt wird, auch hier wieder eine rote Linie, quasi ein roter Faden, der sich durchzieht, ähm, was Lolleck zum Beispiel geschrieben hatte, Sella will sich halt bei den Vokies anbieten, auch das zieht sich wie ein roter Faden durch, äh, bei diesem, bei diesem einen Account, oder diesen mehreren Accounts, ne, daher, wie gesagt, mein starker Verdacht, dass es sich um eine Person handelt, dann schrieb er hier, wir haben nicht nur ein Zitat, sondern mehrere, ich finde Twitch und die Vogue-Bubble sollen erfahren, wer du wirklich bist, auch hier, ähm, ja, so eine halbe Drohung, und dann hier auf YouTube, ihr habt euch hoffentlich den Avatar gemerkt, hier, guckt mal, derselbe Avatar, wie von diesem Tippfehler, und ja, hier schreibt er dann wieder, und das macht er auch sehr oft, zieht sich auch wie ein roter Faden durch, leider, also er tut immer so, als würde er mich dann doch gar nicht so kennen, und tut dann immer so, ja, leider, also, sehr, sehr, ähm, hinterlistiger und scheinheiliger Lügenbaron hier, der hier hinter diesen Accounts steckt, der auch immer wieder so tut, als ob er mich gar nicht kennen würde, oder so, leider, ja, leider, ich bin ja eigentlich, ich mag ja Seller eigentlich, schreibt er auch unter anderen Accounts teilweise, äh, ich glaub, Esel gibt's so, und von diesem Shrek-Esel da noch einen Account, ich glaub, das ist auch eher Esel, oder so heißt der, ähm, und ja, ich wollte euch da, da es sich ja eben nicht nur mittlerweile um mich handelt, sondern dass ja Quassel mittlerweile auch da in Mitleidenschaft gezogen wird, und ja, auch versucht wurde, der Account, beziehungsweise der Twitch, das Twitch-Konto von, vom lieben Base und von Brole zu melden, von Lolek und Co., wollte ich euch das nur mal mitteilen, und ich hoffe, äh, ja, ihr bleibt da wachsam und feilt nicht diesem Idioten zum Opfer, und ja. Also nochmal eine kleine kurze Zusammenfassung, weil ich weiß, das war sehr verwirrend alles, es fällt sehr auf, dass die Person ihre Antworten, also sie verfassen wenig eigene Tweets, also wenn ihr bei Twitter seid natürlich noch, sie löschen ihre Antworten ständig, also die Person, ich geh davon aus, dass es eine Person ist, sie löscht ständig ihre Antworten, also man sieht auch, es sind nicht viele, weil der immer seine Antworten löscht, oder die, ne, äh, das ist sehr, sehr auffällig, wodurch ich auch drauf aufmerksam geworden bin, es ist immer derselbe Schreibstil, es sind immer auch Denunziationen und Beschuldigungen und Lügen vor allen Dingen, die verbreitet werden, aber eben vor allem auch Beleidigungen und sowas, ah, der kann ja gar nichts, der ist schlecht, der ist dumm, der ist dies und das, äh, sehr auffällig, also wie gesagt, zur Übersicht, Nummer 5 lebt, Ghul, Bello, Tippfehler, Systemerror ist, glaube ich, auch sehr auffällig, ESEC, glaube ich, und Biernot, und es gibt noch einige mehr, soweit ich weiß, seid da auf jeden Fall wachsam, also der hat dann auch teilweise hier Lugano-Schweiz, irgendwelche Random-Städte, hier bei Lolic ist es dann Prag, Tschechische Republik, auch das, und es sind halt immer sehr, sehr frische Accounts von diesem Jahr, meistens, außer bei Tippfehler, der ist halt schon älter, und auch hier Lugano-Schweiz, ne, also alles sehr, sehr auffällig, scheint eine Person zu sein, ja, ich hab dich ja schon hier in meinem Tweet erwähnt lieber, ja, wie auch immer du dich nennen magst, du kannst ja gern mal im Stream vorbeikommen, wenn du den Mut hast, und sagen, was so dein Problem mit uns ist, und, ähm, ja, wie es sich so anfühlt, ein rechter Denunziant zu sein, weil eigentlich behauptet ihr ja immer, das sei die Linken, und du hast dich ja schon öfters, ne, exposed, dass du eigentlich ein Rechter bist, äh, einmal hast du irgendwie geschrieben, du bist links, wieder links oder rechts, aber du lässt ja oftmals durchblicken, ähm, wessen geistes Kind du eigentlich bist, daher, JeffSmart, ich hab dich ja auch markiert, du kannst ja gern sagen, dass du es nicht bist, aber komm doch einfach mal im Stream vorbei, gern auch mit Quassel und den anderen, da kannst du uns gern mal erklären, was das soll, warum du unsere Kanäle meldest, und wie sich das so anfühlt, so ein Mensch mit solchen, ja, charakterlichen Ausfällen zu sein wie du. Liebe Grüße, äh, schau weiter, schön unsere Sachen, äh, sehr fleißig von dir, ja, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Lügen verbreiten und in den Zion, denn du wirst dich dem Gespräch eh nicht stellen, daher liebe Grüße an der Stelle und bleib uns weiterhin so treu wie jetzt als kleiner Fanboy und als tolles, äh, fleißiges Meldemäuschen, ne, mach's gut.